Wawawiwa, Freunde! Wawawiwa! Okay. Wait, what? Das ging richtig an. Holy moly. Warte mal, Beatle, wo wird die Leiche gefunden? Und wie hast du gefunden? Ich hab erste Fragen, wo wart ihr eigentlich gerade? Wer war wo? Leitz, in Leitz. Hä? Also, wo sind die Kids gefallen? Ich bin gerade unten. Die sind direkt bei, also beim Spawn direkt gefallen. Okay, das kann nicht Tillip und das kann auch nicht Tim gewesen sein. Ne, Robo war's, oder? Ja, ich bin jetzt gerade bei der Rakete. Da haben wir gerade eben gesehen. Da ist vor der Leitz-Tür gestorben. Ja, Tillip war's auf keinen Fall. Warte, wo wurde die Leiche gefunden? Genau im Spawn. Im Spawn. Warte mal jetzt. Sind wir nicht alle da? Nein. Also am Spawn halt. Ich weiß nicht, ich glaub es ist ein Double-Kill gefallen, by the way. Das ist ein Double-Kill. So, Tilli, 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 Tilli. Jungs, ein Kill ist vor der Leitz-Tür. Wie gesagt, vor der ersten Leitz-Tür. Ach so. So, wer ist Leitz-Tür? Ich bin Leitz-Tür. Wer noch? Ich bin in der Nähe von der Leitz-Tür. Ich bin noch zwischen Spawn und Leitz-Tür. Hab's gerade gesehen. Und auf einmal Report direkt. Aber in Oserino, dort ist der Kill gefallen. Dort muss der Kill gefallen sein. Ja. Ich bin mit Telefon, da habe ich noch eine Sekunde gesehen. Ich habe, Junge, wir haben gesehen, auch wie, keine Ahnung, ich glaube Report war und dann ist noch unten links dann umgefallen. Ah. Welche Leichten wurden reportet? Welche Leichten wurden reportet? Das Ding, das Ding, jemand kann auch so sneaky getötet haben, deshalb ist das jetzt so ein bisschen, hä? Ja, dann lass Position-Kluss aufklären. Wer ist alles geklärt? Tilli und Fincing geklärt, lass auf Garnos. Bin rechts runter. Also ich war auch noch rechts bei der Rocket, das kann Tilli und Tim Betrating. Als dann Lights ausfahren, wollte ich dann zu Lights hingehen. Da bin ich jetzt über Storage. Also nur jetzt Leute, die zu dritt oder mehr sind, sind safe cleared, weil zwei Imposter können sich halt auch decken, ne? Bitte bedenkt das. Wer ist jetzt gerade zu dritt oder zu viert, weil dann könnt ihr euch erst mal klären. Wer ist jetzt zu dritt oder zu viert? Weil es nur Rhein-Userien ist zu zweit, deshalb, das ist halt jetzt kein fester Beweis. Aber wer war jetzt noch mal Tilli und wer konnte sich decken? Ich. War noch eine dritte Person, die das betäugen kann. Ich glaube, ich kann bestätigen, dass die zur Rakete gegangen sind. Du kannst bestätigen, dass die beiden zur Rakete gelaufen sind? Ja, also dass die zumindest Richtung Matt Bay zur Rakete gelaufen sind. Okay, Tilli hat einer von euch den Kiel machen können. Nein. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht. Aber ich glaube noch keine Nähe bei uns, das Problem. Wir skippen erstmal. Warte mal, Tilli. Und wer war jetzt Rakete? Wichtige Info. Ich. Tilli und Tilli. Ey. Keine Ahnung. Wenn die beiden wirklich Rakete gelaufen sind. Und ich habe gesehen, wie die da reingelaufen sind. Robo hat es auch gesehen. Die beiden kann man auf jeden Fall dann safen. Wir haben die richtig genommen, Alter. Direkt am Anfang genommen, Juppa. Alter, ich schwöre. Was ist das denn, Junge? Oh, wir müssen Lights machen. Hallo? Lights machen. Hallo? Lights machen hier. So, Bietel mache ich jetzt nicht. Hallo? Machen wir. Lights mit mir. Hallo? Komm. Lights. Was soll das, Junge? Was ist das hier? Das muss blau gewesen sein, Tykis. Das muss blau gewesen sein. Wie bitte? Wir sind zusammen da reingegangen. Und blau ist gerade rausgegangen. Es muss blau sein. Äh, da waren drei Leute, die mit mir Lights gefixt haben und ich bin rausgegangen. Wir waren noch alles da. Ja, da liegt aber ein Bunny. Ich, Tilip und noch jemand ist dort gewesen. Ich bin aber dann rausgegangen. Ich war auch da. Ich war auch da. Also jetzt bei Oxygen, oder? Äh? Ne, äh, Light. Ich hab Light gefixt. Bietel, Bietel, ich wollte auch, dass du mit Light kommst. Keine Ahnung. Ich bin die ganze Zeit bei Bietel gewesen. Ne? Hab noch jetzt so versucht zu zeigen, ey, lass mal Lights fixen gehen. Ich will nicht alleine da hingehen, Alter. Okay, also Lose. Bleib stehen beim Mülleimer. Lose, du glaubst Bietel? Also du vertraust Bietel? Also, ich bin mit einer dritten Person. Wir haben zu dritt Lights gefixt. Äh, ich, Tilip und eine dritte Person. Äh, ich bin als letzter, vorletzter rausgegangen. Also, noch eine dritte Person war mit mir. Wer ist gerade? Sagt mir bitte gerade, wo ihr seid. Also, eine Person war noch mit mir dort. Also, ich bin legit mit Finn gerade eben reingegangen. Und Finn hat dann eine Sekunde schneller und hat reportet. Ich hab nicht den gesamten Light-Schrauben sehen können. Ich weiß nicht. Wer ist noch da drinnen? Ich hab's nicht, ich hab beim Fixen, ich hab's nicht gesehen gehabt. Es war noch eine dritte Person. Also, ich hab nur gesehen, dass ich am Anfang mit Tilip dort war. Und noch eine drittperson ist kurz reinkommen. Aber, Tilip kannst du bestätigen, dass da eine dritte Person war. Ach, so, Tilip ist der Tote. Oh mein Gott. Ja, Tilip ist so. Ich bin mit Tilip dort gewesen und eine dritte Person. Ich weiß aber nicht. Der dritte Person hat Light-Schrauben. Wer traut uns, oder? Ja, ich frage, wer das ist. Weil es war noch eine dritte Person, einer von euch. Wo wart ihr alle? Wo wart ihr alle? Wo wart ihr alle? Agenose Tim zusammen waren. Einer von euch ist jetzt gerade alleine. Und lügt gerade, dass er nicht dort. Okay. Kann ich kurz über dich? Also, Lost of Ganus, du bist also im Light-Reingang, in Light-Schrauben. In Light-Schrauben waren die dritte Person drin. Light sind noch nicht gefixt. Nein. Ich hab, ja. Ich bin Light gewesen mit Tin. Hab gerade Light repariert. Und bin dann rausgegangen. Ja, okay. Keine Ahnung. Also, ich... Ich kann nicht genau sagen, ob es Thin ist oder nicht. Ich weiß nicht. Ganz ehrlich. Ich bin gerade in den Raum reingelaufen. Ich bin auch gerade in den Raum reingelaufen. Man bei. Man bei. Man bei. Ich hab nicht alles gesehen. Nein. Wie gesagt, ich bin im Electric. Mit Mine ist noch Tilip und eine dritte Person gewesen. Und deshalb frage ich nochmal, wer... Ja, die willst du jetzt nicht sagen, wer das ist. Aber da war noch eine dritte Person. Ja, was dann? Ich weiß nicht. Mensch, ich bin bewahrst du denn vor Leitz? Wo kommst du? Weil ich komme von unten links. Ich bin von Edmund runter. Ich bin von Edmund runter. Ich skippe einfach, äh... Wo genau die... Ich skippe einfach, äh... Ich skippe einfach, äh... Wo genau die... Es ist eine dritte Person mit mir gewesen. Wenn Tin und Ose zusammen reingelaufen sind, dann denke ich mal keiner von beiden. Wird das sein, so. Aber es war noch eine dritte Person. Ausaufgaben aus der Chromade Vision kannst du nicht in der Electrical verstecken. Like... Ich kann mich nicht. Was verstecken? Kannst du nicht in der Electrical verstecken als Poster mit dieser Chromade Vision? Ich kann mich nicht in der Electrical verstecken. Nee, wenn Poster könnten sich nicht in der Electrical verstecken. Ich kann. Das macht keinen Sinn. Ja, es gibt uns da. Aber... Wie gesagt, ihr könnt mich im Auge behalten. Ich habe mit den Clip einen Lights gefixt und eine dritte Person ist reingekommen. Ja, okay. Nuritin war angeblich nicht best. Ja, einer von euch sagt gerade, er ist nicht mit uns in der Electrical gewesen. Ich habe leider nicht die Farbe gemerkt. Nee, wir müssen noch mehr machen. Wir müssen noch mehr machen. Ich bin der Lights. Immer die Lights hier. Ich bin alle da lang. Nee, das kommt bald. Warum ist... ... ... ... ... Hm. es ist unser reno oh mein gott ich war in upload also in dem raum und upload macht kommt hat mein upload gemacht im augenwinkel sehe ich wie nur serino in das wendt hopp ich glaube sogar noch raus da liegt noch ein buddy ich habe die leiche gefunden ja ich habe sie report ja gut gleich und unten und dann noch etwas rechts von kommst hast du noch jemanden es ist ein double kill gefallen ich weiß wo mqp liegt ungefähr auch unten links also ja ich habe auf jeden fall bietet zuletzt gesehen der ist ich war davor weiteres ab ganz weit gecheckt und bin dann gerade raus gelaufen das kann mir gerade bitte hingegen ja ich habe nur gesehen ich habe gesehen ich habe leicht gesehen nach leid bin ich rechts gelaufen richtung labor ihr seid dann noch zu leiten bist du dran leid nein ich bleibe gefixt wer war mit mir noch von euch an diesen als habe ich gefixt ja also ich bin zu dritts immer leid gewesen aber sowieso ich glaube ich gucke ich gucke ich gucke weiter ich gucke weiter jetzt bin ich jetzt in der ersten runde hier jetzt in der runde die ersten ist ein zweites gefallen body die ersten leid war noch nicht gefixt von letzter runde die habe ich gefixt und außerdem dass du so hat gegen mich schieß obwohl ich in der runde die ersten leid gefixt habe ich ja wobei es keinen sinn machen nur so verdächtig aber zu gegen mich hieß obwohl ich die leite ziehe erst gefixt habe in der runde in der ersten runde dann bin ich als einzige richtung labor gelaufen und ihr seid doch steckt dort geblieben was für die runde beendet auf ganz ich habe runde im labor beendet ich habe die schalter betätigt und ich habe dann den globus gemacht wurde die welt finden muss und ich habe keinen von euch im labor gesehen und die sind alle links dort gewesen so und ich bin unten links ich noch mal ich habe weitest gecheckt bin und links gelaufen beetle kam mir entgegen und dann bin ich danach an communications nach oben gelaufen ich habe denn niemals ich habe niemals ich habe niemals irgendwie gesehen oder sonstiges also ich weiß nicht er labert irgendwas und wenn hoppen fläche selber aus dem vent rausgekommen oder da und hat da den kill gemacht und es abgehauen betel hast du es denn gesehen hast du es denn gesehen du kamst von links wo warst du denn vor weitest ich war ich war da rechts ich habe da das temperatur ding gemacht und bin ich war ja erst mal lights da waren alle da habe ich auch sind davor gesehen dass er dabei leicht von unten irgendwo noch gekommen ist damit nach rechts mich nach rechts wieder zurecht ich wollte weiter checken ich sagte ich glaube nicht dass du es warst los afghano weil es macht jetzt alles sinn wenn er das sie hat nicht sehen können aber es macht keinen sinn dass los afghano sind lights nicht sieht er hat mich saven können er hat mich saven können er hat mich saven können man scheiße wir haben sie richtig wir haben richtig schön belabert wir haben die richtig schön belabert scheiße man richtig schön belabert scheiße hätte er mal gewartet er hätte nur ein wo drücken müssen hier schade ich habe gesagt hinten 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 aber eigentlich klar nach türen zu ich mache nicht sabotage oder selber machen es war aber auch ja war an der key ich habe den nicht gesehen er hat nicht gewollt los auf gar nicht gewollt hätte der gewollt wird ich noch überlebt dann hätten wir irgendwie mit ding zum skill machen können biet wo bist du gerade ich bin nicht gewollt ist auf ganz nicht gewollt okay weil ich habe gerade checks camps gecheckt und ich habe gesehen wie hin getötet hat du bist nicht auf ich bin gerade in camps und ich habe gesehen gab die warte im labor gewesen ich bin runtergelaufen ich hoffe keiner von denen steht jetzt da drin bin zu camps gelaufen wo eines weggegangen und nur ich ihn beim labor und hat vor dem eingang getötet und camps gesehen wie ihn getötet hat okay das also folgendes was passiert ist ich habe drei tasks in medbay gemacht und bin dann richtung lights weil es der bieter alter nein konnte leid fixen nach also ich war schon ich war schon ja ich habe das ist gut und ich habe gesagt deswegen konnte ich schon fixen da war niemand niemand ist camps ich bin kann du hast leid nicht gefixt es ist zu 100 prozent lauf okl es kommt mit einem lüge ich bin abgecheckt ich bin dann sind die türen hast du nein das stimmt nicht ich habe leid gefixt und ich habe sogar und camp gesehen dass du ihn getötet hast und leicht liegt am eingang von und zu dritt mit ihr gewesen und ich habe wiederum keinen sinn weil am anfang des games bist du nach unten gegangen richtung weites und von der zeit der kannst du gar nicht bei kampf gewesen sei das ist gesehen habe ihr seid zu dritt im labor gewesen er ist nicht auf kreis aber weder am anfang auf kreis noch jetzt auf kreis stimmt nicht bieten sie sagt ich noch mal zu viel unterwegs gewesen ich habe am anfang des wahl bieter auch gesehen ich habe noch mal meine thermometern macht gelaufen ich bin es labor ein aber ich habe schon mein taschen fettigkeit abgesehen die sind zu drittem labor ich habe kurz gecheckt so und wie gesagt und als ich am ende jetzt im endgame bei den camps und da gesehen wie tin nur richtig getötet habe alle türen waren zu aber ich weiß ja ich war das in camps wurden und nur ich in einem labor das ist Das ist 50-50. Es ist 10 Mal. glaub mir, er ist... Ja! 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 Au! Aua, au, au, au! Der Derby-Killer-Malfelf. Was war das denn? Oh mein Gott. Der steckt da einfach rein. Ich hab einfach reingestochen, Alter. Ich hab einfach reingestochen, Alter. Das lebst du auf YouTube hoch. Ich hab einfach reingestochen, Alter. Das lebst du so auf YouTube hoch. Ey, nur wenn ich so... Digga, das muss an der Tür passieren. Ja, ne, ich war nicht an der Tür. Ich kann nicht mehr. Ey, ich hörts mal so krank. Junge, Junge, ich kann nicht mehr. Ey, mein Herz, ey. Junge, Junge, Junge. Junge, Junge, Junge. Ich so, ja, da waren auch die dritten Personen. Ich hab einfach nur voll krank bei dem Spiel. Ja, wer war denn da, Alter? Das ist so geil, Alter.